Heute kann es noch mal einige Schauer geben, aber wir werden schon merken, im Laufe des Tages lassen die langsam nach und die Sonne zeigt sich häufiger. Und Grund dafür ist hoher Luftdruck, der so langsam zu uns hereinkommt und dafür sorgt, dass es auch schon am Samstag ein paar Sonnenstunden geben wird. Wir konzentrieren uns aber erstmal noch mal kurz auf den Niederschlag, denn am Samstag können noch mal ein paar Schauer auftreten und vor allen Dingen im Süden kann es dabei nass werden. Aber der Regen verzieht sich dann im Laufe des Tages so langsam Richtung Süden und wir sehen schon, das ist jetzt 18 Uhr, da bleibt es überwiegend auch trocken. Hier nochmal die Deutschlandkarte für den Vormittag und zwar haben wir im Süden sehr, sehr viele Wolken am Himmel, dazu gibt es Regen, aber gucken wir weiter nach Norden, dann sehen wir, dass es einen Mix aus Sonne und Wolken gibt. Da können aber immer mal wieder Schauer auftreten, die teilweise auch kräftiger ausfallen. Im Osten bleibt es dabei aber länger trocken. So und dann der Nachmittag, da verziehen sich die Wolken immer mehr Richtung Süden zum Abend hin, da sieht das da auch schon etwas aufgelockertere aus. Sonst, wie gesagt, bleibt es weiterhin bei einem Mix aus Sonne und Wolken teilweise trocken, teilweise können aber auch noch mal ein paar Schauer auftreten. Und das sind dann die Sonnenstunden dazu. Da sehen wir schon im Süden, wo es so dicht bewölkt ist, da sind 0 bis 2 Sonnenstunden mit dabei, sonst 4 bis 6. Das heißt, die Sonne kommt also wirklich auch schon am Samstag ziemlich häufig raus. Und die Temperaturen, die liegen dann zwischen 8 Grad am Alpenrand und 17 Grad im Osten, da wo auch der meiste Sonnenschein drin ist. Und so geht es dann weiter. Am Sonntag wird dann ein richtig schöner Tag, da zeigt sich sehr, sehr häufig die Sonne. Und nur im Norden können mal ein paar Schauer auftreten, sonst bleibt es den ganzen Tag über trocken. Und diesen Tag sollte man noch mal genießen, denn wenn wir uns den Montag anschauen, dann ziehen schon wieder die nächsten dichteren Wolken herein von Südwesten und die bringen wieder einiges an Regen. Auch im Norden sind schon erste Schauer möglich, im Osten bleibt es dagegen noch etwas länger trocken und die Temperaturen, die liegen dann zwischen 14 und 20 Grad.